so leute ich wollte euch ja noch den shop präsentieren nach ich glaube jetzt sechs stunden last of our stream gucken wir uns mal den fortnite battle royale shop an der sieht heute mal wieder genau uber peinlich aus ich fühle es übelst feiern wenn sie ellie aus last of us rein machen würden alles gehen bestimmt so ps plus genau das wäre so geil muss ich sagen sehr lange her dass man panda wieder im shop hatten panda beauftragte wukong ist auch mal wieder drin jing bang feier ich gar nicht schrottsegel ja sieht aus schrott aus ich will gar nicht holen total schrottig aus oberbeinlich tanken gespürtet ja sondern so zu sagen ich würde den panda fühle ich ein bisschen ansonsten ja Bis zum nächsten Mal.